Schulz Holzbau in Weingarten. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um das Bauen mit Holz geht. Denn mit dem Naturmaterial Holz holen Sie sich den idealen Baustoff ins Haus. Die Zimmermeister von uns erarbeiten mit Ihnen zusammen die für Ihre Ansprüche bestgeeigneten Möglichkeiten. Dabei setzen Sie auf Maßstäbe für einen umweltgerechten Hausbau. Unser Arbeitsbereich umfasst aber nicht nur den Hausbau, sondern auch Bodenbeläge, Fenster, den Garten- und Außenbereich sowie Türen. Kommen Sie zu uns nach Weingarten. Durch individuelle Beratung und eine gut koordinierte Ausführung entstehen Ihre Wünsche in Sachen Holz.